4 Minuten. Ha, geht doch. Dieser Skorpion hat echten Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Raus hier, schnell! Nichts überstürzen. Genug! Volle Konzentration. Beziehung ist weiter. Siehst ziemlich mitgenommen aus. Das ist nichts. Das geht besser. Das geht besser. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ach, das ist wirklich40 Grad. Nein. Aber ich bin 40% an der Fluchtweg gesichert. Das ist das denn. Das ist ein Hammer. Bist du okay? Wohinast liegt es denn auf? Mein Weib steckt fest. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jessie auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barracks führen. Hier geht's so raus, Herr Kahn. Veeiil dich! Worauf wartest du denn, Cloud? Mach hin! Verteil dich! Schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werd ich so nervös! Mach doch, was du willst. Barrett! Geh schon mal vor, Jessie! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Aber... Habt ihr euch nicht keine Sorgen! Habt ihr Soldatgeleidschutz? Geh schon! Hex, Soldat. Da sind sie! Ich. Ich. Hier knallt! Aus dem Weg! Werden? Reden, die hier nichts? Wird's bald? Hau rein, wir haben da waren, Robots. Wir sollten uns etwas vereinen. Das ist der Snob-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song. Das ist der Snob-Song-Song-Song. Los geht's. Mit mir! Soll es was passiert ist? Das ist der Snob-Song! Das macht mich klar! Krieg! Was ist das? Schau! Kassel! Seh ich sehr! Zwecklos! Episkussion muss weiter! Ah ja! Tschüss! Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Das ist gar nicht sehr, Dresche! Was? 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 Das ist lustig! Das wäre geschafft! Ich denke einfach nicht Wende zu machen! Sie kämen mir nicht in den Sinn! Was? Verdammt! Hat das nichts! Zu! Nichts! Okay! Zu! Da geht noch was! Shit! Geht hinterauf! Hat alles erledigt! Ich zähle auf dich! Roger! Ich übernehme! Ja! 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 Machen, Machen, Machen! Hey, wo war ich denn? Dann bist du hier raus! Wie geht's denn? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Oh, das war cool! Los, weiter! Ah, du..." Wie geht'sst? Ja, ich glaube, ich komme wieder übernommen, die wir trinken. Okay, das Ganze zur neuen Beine Ich bin jetzt gut, wenn,